Ilene und ich, wir werden heiraten. Es ist so friedlich bei uns, nicht wahr? Möchten Sie doch einen Kix, Pastor Harper? Paddy ist schon unten im Keller und hebt eine Schleuse aus. So, das heißt, ihr wollt ihn im Keller begraben? Aber dann natürlich, Liebling. Aber er muss sofort zum fröhlichen Hirten. Noch heute Nacht. Der Wahnsinn, der war immer in diesem Haus. Aber gerade galoppiert er geradezu. Deshalb kann ich gegen die Heirat. Nein, 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 nein. Johnny! Du glaubst nicht, was ich da unten im Keller gefunden habe. Was? Den Panama-Kanal!